Ich bin am 12.08.1992 geboren, jetzt bin ich 11 und vielleicht mache ich einen Film, also ich finde, dass es ganz gut geht, ich kann es eben auch noch geben. Jetzt du mich auf Beethoven, Schopper, Schumann und Lister reichen, aber nicht gleichzeitig. Ich liebe Mathematik, ich bin ziemlich gut an es. Und ich liebe wirklich History. Oh, wow. Ich liebe Wissenschaft und ich liebe Geografie. Geografie ist manchmal ziemlich Spaß, aber manchmal kann es ziemlich annoying. Musik Musik Oh, well I like football very much and I do it a lot in my free time. When I'm here I do it like three hours, but in school three hours a day? Ja. Jesus. You've got a long day here then. Ja, because I like being outside. Musik Jetzt spiele ich gerade Fussballmanager, weil das ist ganz gut. Also du bist so ein Manager, du musst auch so Börse und Aktien abziehen, mit der Finanzen sehen, aber du musst auch Training organisieren und Transferdealing machen. Also es ist auch viel mit Geld zu tun. Musik 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 Und so, ich würde gerne ein ganz guter Pianist sein, wenn du nicht so gut bist, du nicht so viel Geld verdienen, aber wenn du ganz gut bist, dann verdienst du ganz viel viel. Und also, wenn ich 20 bin, kann ich mich schon noch in Albert Hall oder am Festival Hall sehen. Untertitelung des ZDF, 2020